So ihr Lieben, in diesem Video sprechen wir über neun Dinge, welche Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung am schwersten fallen. Und das sind neun Dinge, welche direkt aus der Community von Borderline-betroffenen Menschen stammt. Und zwar wurde ich gebeten, auf einen Instagram-Beitrag vom Kanal Erklärungsnot zu reagieren. Und in diesem Instagram-Beitrag werden aus der Community, aus der Erklärungsnot-Community, ganze 43 Punkte genannt, was Menschen mit Borderline am schwersten fällt. Ja, und auf neun dieser Punkte, die neun ersten, möchte ich in diesem Video reagieren und zu den einzelnen Punkten auch etwas sagen. Ja, den Beitrag, über den wir hier sprechen von Erklärungsnot, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz kurz und bevor es losgeht, muss ich aber noch einen kleinen kritischen Kommentar zu diesem Instagram-Posting machen. Einfach aus der Sorgfaltspflicht heraus. Nicht, weil ich das schlimm finde, was ich jetzt kritisiere, nicht, weil ich das bashen möchte, sondern einfach, weil ich ja auch davon ausgehen muss, dass ihr dann vielleicht tatsächlich diesen Beitrag und diesen Kanal aufruft und mich dann wieder fragen würdet, hey Tom, was ist denn da los? Und zwar steht in der Textbeschreibung zu diesem bebilderten Beitrag, in der Beitragsbeschreibung steht hier von Erklärungsnot, Zitat, Das Leben mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Klammer auf Neu-Doppelpunkt, Emotionale Instabilitätsstörung der Persönlichkeit, Klammer zu, kann ganz schön herausfordern und belastend sein. Heute habe ich daher aus eurer Community Antworten zu der Aussage, Dinge, die mit einer Borderline-Störung am schwersten fallen, zusammengetragen und hoffe, damit für ein wenig mehr Verständnis für Betroffene zu werben. Ja, und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle für eure vielen Nachrichten und euer Vertrauen. Wichtig zu verstehen ist, dass sich bei der emotionalen Instabilitätsstörung nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD-11 zwei Typen unterscheiden lassen, und zwar den impulsiven Typen und den Borderline-Typen. Ja, und dazu möchte ich kritisch anmerken, dass ich behaupte, dass dieser Text, der hier steht, die Person hinter dem Kanal Erklärungsnot, hat selber auch einen Master in Psychologie und ist Psychotherapeutin, glaube ich, in Ausbildung, ja, dass dieser Text mehr oder weniger frei erfunden ist. Also ich wüsste nicht, dass Borderline bzw. die emotional instabile Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 inzwischen emotionale Instabilitätsstörung der Persönlichkeit heißen würde, weil hier steht Neu-Doppelpunkt, also als würde es da irgendeine Neuerung, Änderung geben. Ich habe davon nichts mitbekommen, schreibt das gerne in die Kommentare. Also das halte ich erst einmal für frei erfunden. Und dann ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht wichtig zu verstehen ist, wie es hier heißt, dass nach ICD-11 Borderline in einen impulsiven Typen und in einen Borderline-Typen unterschieden werden würde, oder ganz richtig gesagt die, wow, emotional instabile Persönlichkeitsstörung in einen impulsiven Typen und in einen Borderline-Typen unterschieden werden würde, sondern dass eben noch nach ICD-10 der Fall ist. Nach ICD-10. Und im ICD-10 heißt die Borderline-Persönlichkeitsstörung bzw. nach ICD-11, das Borderline-Muster, auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das heißt, gerade nach ICD-11 wird nicht mehr in einen impulsiven Typen und in einen Borderline-Typen unterschieden. Ja, das war sehr kompliziert, was ich jetzt gesagt habe. Ich denke, dass es auch keine neuen Sachen waren, die ich jetzt hier angemerkt habe für die Stammzuschrauber meines Kanals. Das wirklich einfach nur nochmal als kleine Richtigstellung und aus der Sorgfaltspflicht heraus. Wir sehen auch hier natürlich mal wieder, erstens Fehler können auf Social Media jedem passieren, auch Leuten mit einem Master in Psychologie. Trotzdem ist es natürlich immer wichtig, sich selber, egal welchen Titel man hat oder nicht hat, kritisch zu hinterfragen. Und ihr als Zuschauer oder Follower müsst oder solltet natürlich immer kritisch sein bei allem, was ihr lest und hört, auch bei meinen Videos. Denn auch ich bin nicht perfekt. So, jetzt aber Schluss mit dem Blabla vor den neuen Punkten, bei denen Menschen mit Borderline große Probleme haben, die ihnen am schwersten fallen. Ich weiß übrigens nicht, ob das chronologisch geordnet wurde, diese insgesamt 43 Punkte. Wir sprechen hier, wie gesagt, über die ersten neun Punkte, die im Beitrag von Erklärungsnot genannt wurden. Und zwar Punkt Nummer eins. Anderen Personen die eigenen Gefühle und Gedanken zu erklären. Das sei eine Sache, die Menschen mit Borderline besonders schwer fallen. Und da würde ich sagen, ja, das ist absolut der Fall. Warum? Naja, es ist nun einmal so, dass Menschen mit Borderline häufig nicht nur eine völlig andere Biografie hatten als Nicht-Borderliner. Nicht ein völlig anderes Leben im Hier und Jetzt leben müssen als Nicht-Borderliner. Dass sie durch ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung auch eine ganz andere Gedanken- und Gefühlswelt und vor allen Dingen viel intensiver haben als Nicht-Borderliner. Nein, es ist ja vor allen Dingen auch so, dass Nicht-Borderliner trotzdem häufig glauben, sie würden wissen, wie sich Borderliner fühlen. Selbst ich, der sich nun schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Borderline beschäftigt, der immer wieder super Feedback aus der Community, also von Betroffenen bekommt und der mit Sicherheit auch den ein oder anderen Borderline-Wesenszug hat, würde mir nie anmaßen, zu 100% die Gefühls- und Erlebniswelt und Gedankenwelt von Borderlinern verstehen zu können. Das wäre einfach anmaßend, okay? Naja, wir wissen aber natürlich, dass insbesondere Außenstehende das häufig meinen, ja, jeder ist doch ein bisschen Borderline. Hey, du, ich fühle mich auch mal schlecht und hey, du, ich bin auch manchmal total impulsiv. Ich kann das schon verstehen. Wir alle kennen diese Sätze. Ja, und da ist es natürlich ganz besonders mühselig, dann diese Leute, die schon davon überzeugt sind, alles zu verstehen und alles zu wissen, davon zu überzeugen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, ja, weil eben das Leben und die Gedanken- und Gefühlswelt von Borderlinern ganz unterschiedlich ist in aller Regel zu denen, der Nicht-Borderliner. Ja, Punkt Nummer 2, Wutausbrüche zu kontrollieren. Starke, unangemessene Wut ist eines der Kernkriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-5. Und, ja, Borderliner neigen ganz, ganz häufig eben zu dieser extremen Wut. Und, ähm, das hat verschiedene Gründe, ja, ich habe schon eigenständige Videos über das Thema Wut und Wutausbrüche hier auf diesem Kanal gemacht. Das füllt ganze Videos. Menschen mit Borderline reagieren häufig wütend, um andere unangenehme Gefühle nicht spüren zu müssen. Zum Beispiel, wenn sie von anderen kritisiert werden, ja, da haschen sie den anderen gleich impulsiv an, wie aus der Pistole geschossen, damit sie die Kritik nicht annehmen müssen. Was fällt dir ein, hier zu kritisieren? Das ist doch totaler Unsinn. Und damit die Menschen mit Borderline eben diese Kritik auch selber nicht reflektieren müssen und dann eventuell unangenehme Gefühle wie Selbstzweifel in ihnen hochkommen. Deswegen reagieren Menschen mit Borderline hier häufig impulsiv und ganz, ganz schnell, ganz, ganz wütend, um diese Gefühle nicht spüren zu müssen. Die Wut hat aber auch noch andere Gründe, ja. Immer von Betroffenen zu Betroffenen kann das ganz verschieden sein. Mehrere Gründe können natürlich auch in einer Person sich vereinen. Zum Beispiel, dass sie festgestellt haben, hey, wenn ich Wutausbrüche bekomme, dann kann ich mich durchsetzen gegenüber anderen. Das ist mir sonst nicht möglich. Und deswegen ist diese Wut ein zumindestens in der Vergangenheit noch funktional gewesener Skill, mein eigenes Überleben, sage ich einmal, in einer mir feindlich oder als feindlich wahrgenommenen Welt zu sichern. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Menschen mit Borderline tatsächlich sehr viel Unrecht erlebt haben und noch erleben. Und sei es auch nur das anhaltende Stigma der Borderline-Persönlichkeitsstörung über die sozialen Medien oder Trouble, den man auf den Ämtern hat, Sozialamt, Agentur für Arbeit, whatever. Ja, dass also Menschen mit Borderline tatsächlich häufig viel Unrecht erfahren und deswegen zu Recht auch wütend sind. Naja, wenn mir Unrecht getan wird, dann kriege ich auch so einen Hals. Vielleicht als jemand, der ja doch recht stoizistisch ist, vielleicht nicht gleich am Anfang, kann aber auch vorkommen. Aber spätestens nach dem fünften, sechsten, siebten, zehnten, fünfzehnten, zwanzigsten Mal. Ja, da reicht es mir dann auch irgendwann. Und dann haue ich auch mal auf den Tisch. Und ja, auch ich schlage dann eventuell über die Stränge und bereue das hinterher. Tja, das alles zu vermeiden hat, was damit zu tun, sich die Bereitschaft zu haben, Fehler einzugestehen. Es ist häufig nicht ohne weiteres möglich, insbesondere wenn man Perfektionist ist. Es hat etwas mit Life-Management zu tun. Es hat etwas damit zu tun, vor allen Dingen auch nicht immer Wutanfälle haben zu wollen. Gerade wenn einem diese Wutanfälle auch einen Benefit im Leben bringen, sich durchsetzen können, dann wollen auch Menschen mit Borderline häufig gerne diese wütenden Personen sein. Zumindest auf einer tieferen Ebene. Ja, soviel zum Thema Wutausbrüche. Und Wutausbrüche kontrollieren vor allen Dingen, ja. Punkt drei, sich selber akzeptieren. Tja, habe ich ja gerade schon ein paar Sächerchen zugesagt. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man eine Borderline-Störung hat, sich zu akzeptieren. Man hat zum Beispiel einen Lebenslauf, der nicht vergleichbar ist in negativer Hinsicht, mit dem Lebenslauf der heilen Weltmenschen um einen herum, mit den ganzen Lichtpersönlichkeiten, mit den Einhorn-Menschen, ja, mit den ständig smilenden, ach, das Leben ist ja so toll, Menschen. Und das fällt schwer zu akzeptieren. Es fällt vielleicht auch schwer, dass verschiedene Brüche in der Biografie dazu geführt hat, dass man heute arbeitslos ist, vielleicht auch keinen neuen Job mehr findet, weil man schon lange arbeitslos war, dass man eventuell vollständig erwerbsunfähig geschrieben ist. Das ist mit Scham behaftet. Was ist die erste Frage, wenn wir jemanden kennenlernen? Was machst du denn beruflich? Ja, ich mache gerade nichts. Ich bin krankgeschrieben oder ich kann nicht mehr arbeiten. Ja, warum kannst du denn nicht mehr arbeiten? Du bist doch jung und siehst gesund aus. Tja, und dann müssen Menschen mit Borderline, da sind wir jetzt wieder bei Punkt eins, anfangen sich zu erklären. Oder versuchen halt, wenn ihnen das unangenehm ist, und das kann ich verstehen, da Ausflüchte zu finden und da irgendwie rauszukommen aus diesem Würgegriff der Neugierde des Gegenübers. Ja, und dann halt sagen, ja, weil ich habe eine Borderline-Störung. Ja, warum hast du denn eine Borderline-Störung? Ja, weil ich Missbrauch in meiner Kinder- und Jugendzeit erlebt habe. Ja, was, von wem denn? Ja, von den eigenen Eltern. Nein, und so weiter und so fort. Ja, ganz schwer. Und das zu akzeptieren, dass das Leben und man selber, darf ich das so formulieren? Ja, ich möchte das, glaube ich, so formulieren, dass man selber so ist, das fällt schwer. Und natürlich dann, wenn man eh schon immer kritisch beäugt wird, die anderen immer viel zu neugierig sind, man vielleicht die, ja, jedem bekannten Droh- und Meckerbriefe der Sozialämter bekommt, jedem bekannt, der schon mal beim Sozialamt war, mit den harschen Formulierungen unter Druck setzen, ja, wir weisen sie auf ihre Mitwirkungspflicht hin. Das löst Scham aus, ja, da fühlt man sich kacke. Und dann will man natürlich auch vielleicht nicht akzeptieren, wenn man wirklich mal was nicht kann, ja. Oder vielleicht die eigenen Eltern einem immer schon gesagt haben, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, du wirst es nie zu was bringen, warum bist du überhaupt hier, wir hätten lieber einen Jungen gehabt, bla, bla, bla. Ja, ja, schwierig. Selbstakzeptanz fällt Menschen mit Borderline schwer. Und zumindestens ich behaupte, das nachvollziehen zu können, ja. Punkt Nummer vier, den Alltag meistern. Muss ich da noch viel zu sagen? Wow, da habe ich, glaube ich, auch schon jetzt viel in diesem Video zu gesagt. Vielleicht noch ein, zwei Punkte. Wenn man eine komorbide Depression zum Beispiel hat, dann fallen einem viele Dinge des Alltags schwer. Und sei es auch nur die Wohnung aufräumen. Ich habe jetzt schon mal ein Video gemacht, das ich euch auch im, ja, doch, zum Ende dieses Videos mal in die Endcard packe, das auf der einen Seite sehr gut angekommen ist und auf der anderen Seite, das war aber absehbar zu starken emotionalen Durchbrüchen, natürlich auch bei den Zuschauern geführt hat, wo ich gesagt habe, hier, pscht, es gibt eine Reihe von Dingen, über die Menschen mit Borderline nicht sprechen, weil sie sich so sehr dafür schämen. Das sind Dinge wie zum Beispiel Halluzinationen hin und wieder haben. Da wollen Menschen mit Borderline nicht drüber sprechen, weil sie Angst haben, man wird sie dann als Psychotiker abstempeln und noch mehr stigmatisieren und ihnen gar nicht mehr glauben und auslachen und Witze machen. Wir kennen das. Aber eben auch, dass viele Menschen mit Borderline, das habe ich auch in dem Video gesagt, das ich euch verlinken werde, aber natürlich nicht alle, aber wir wissen ja, die Videos werden ja nicht zum Ende geschaut. Wenn man sich schon aufregt, wird das Video vielleicht abgebrochen, bevor die ergänzende und wichtige Erklärung kommt. Viele Menschen mit Borderline, lange Rede, kurzer Sinn, haben auch häufig Probleme, ihre Wohnung zum Beispiel aufzuräumen, leben häufig im Müll. Das kann bis zum Messitum sich hochsteigern. Und auch hier in diesem Video nochmal, nein, nicht alle. Viele Menschen mit Borderline sind sehr sauber und penibel. Viele Menschen mit Borderline sind absolut reinlich. Aber es gibt eben auch Menschen mit Borderline, die im Müll leben. Ja, und sei es auch nur, weil sie eine komorbide Depression haben und sei es auch nur, weil sie gar keine Notwendigkeit mehr sehen, ihre Wohnung aufzuräumen oder für sich selber zu sorgen. Es wird ja immer gesagt, du musst deine Wohnung ja nicht für andere aufräumen. Du machst das ja für dich. Ja, das ist immer so ein Gequatsch. Und gerade wenn man sich als Mensch mit Borderline eh selber gar nicht mag, wird man sich auch schnell denken, ja, für mich, ich bin ja Verletzte, für den ich das machen würde. Ich bin mir das nicht wert. Aber natürlich auch, man gewöhnt sich irgendwann an das Chaos, in dem man lebt. Man selber sieht das nicht mehr. Okay, das ist einem irgendwann egal. Man stumpft ab. Okay, und ja, aber solche Dinge auch können Menschen mit Borderline natürlich schwer fallen, den Alltag zu meistern. Behördengänge können schwer fallen und die sind auch schwer. Ich habe gerade erst beim Sozialamt, das, von dem ich kein Geld mehr bekomme, ein Auskunftsersuch, der schon sehr wichtig für mich ist, im Hinblick auf eine Was-wäre-wenn-Situation gestellt. Und zu dieser Auskunft sind die Sozialämter verpflichtet. Und da habe ich das Sozialamt in meinem Schreiben darauf hingewiesen, mit der zugehörigen Urteil vom Bundesgerichtshof. Und trotzdem wird mir diese Auskunft nicht gegeben. Ja, man guckt mich dort mit dem Arsch an. Okay, das ist schwer, dieses Ämterzeug. Und das liegt da nicht daran, dass man Borderliner ist, sondern das liegt auch ganz, ganz häufig heran, dass die Ämter und insbesondere die Sozialämter in Deutschland nicht immer so sozial sind, wie sie tun. Ich habe in meinem Brief oder in einem der Briefe, die ich jetzt abschicken werde, habe ich noch nicht abgeschickt, liegt aber drüben auf meinem Tisch. Und da habe ich am Ende noch geschrieben, hier, passen Sie auf. Das, was ich jetzt brauche, geben Sie mir diese Auskunft. Ansonsten ist das Wort Inklusion eine Farce. Was ich jetzt brauche, ist kein Regenbogenbanner über dem Eingang Ihrer Behörde oder auf Ihrer Homepage, sondern ich brauche schlicht und ergreifend eine Auskunft, um die ich Sie hier ersuche und zu der Sie verpflichtet sind. Also geben Sie mir verdammt nochmal diese Auskunft. Ganz so krass habe ich es nicht geschrieben. Aber das mit dem Banner und mit der Inklusion, das habe ich geschrieben. Ja, und da sind wir ganz nah bei der Wahrheit dran. Okay. Wow. Nummer 5. Freundschaften pflegen. Ja, Freundschaften pflegen ist aus verschiedenen Gründen, natürlich sind immer verschiedene Gründe, sind aus verschiedensten Gründen schwer. Und sei es auch nur, weil man in einer, ja, zuge, ja, ja, zuge, in einer sehr verschlissenen Wohnung lebt, in die man nicht spontan Leute reinlassen möchte, weil man nicht die Kraft hat, die aufzuräumen oder nicht die tiefere Notwendigkeit, sich das zu tun. Freundschaften pflegen sind aber auch aus anderen Gründen, gerade für Borderliner schwer. Erstens, weil Borderliner natürlich eine Tendenz haben zur Idealisierung und Entwertung. Das macht Freundschaften instabil. Borderline ist beschrieben in DSM 5 als Beziehungsstörung. Klar, dass sich das auf Freundschaften auswirkt, ja. Aber natürlich auch das Bedürfnis, alleine zu sein. Das akzeptieren dann vielleicht auch die Freunde wieder nicht, gerade wenn die co-abhängig sind oder ein Helfersyndrom haben. Es ist aber auch schlicht und ergreifend möglich, dass Menschen mit Borderline sich stets in ihre Freundschaften, gerade wenn es da etwas intensiver wird, neigen sich zu verlieben und ins Schwärmen zu kommen für die Freundschaften. Ja, und wir wissen, ein Liebesgeständnis oder in Sexualität zu gehen, mit dem oder der besten Freundin, das kann die Freundschaften zerstören. Das sind Gründe, aus denen auch Freundschaften für Menschen mit Borderline häufig nicht schwerfallen. Weitere Gründe, nicht wissen, ob die Freunde vielleicht einen kritisieren, Angst haben vor Kritik durch die Freunde. Ja, die Emotionen und Gefühle der Freunde nicht richtig einschätzen zu können. Ja, all diese Dinge beeinflussen auch die Freundschaft. Punkt Nummer 6, mit der ständigen Anspannung umgehen. Ganz typisch für Menschen mit Borderline, intensive Anspannung erleben, nicht wissen, wie kann ich die regulieren, aus verschiedensten Gründen. Das, an das man jetzt sofort und an erster Stelle denken würde, wenn man an Borderline denkt, ist dann selbstverletzendes Verhalten, um die Anspannung runterzubringen. Ja, das funktioniert und das funktioniert auch sehr gut. Aber es ist natürlich eigentlich eine dysfunktionale Regulierungsstrategie, da erstens natürlich die Ursache für die Anspannungen nicht erlebt, nicht beseitigt wird. Und zweitens, wir natürlich auch sehen müssen, dass man natürlich auch gegen diese Art der Regulierung, und das wissen alle von Borderline-Betroffenen, die diese selbstverletzenden Verhaltensweisen an den Tag legen, ja, dass man da abstumpft und die Dosis immer steigern muss. Und die Dosis immer zu steigern, führt irgendwann zu eventuell irreversiblen Folgeschäden und wenn es auch nur kosmetische Probleme sind, die daraus entstehen. Deswegen ist das natürlich eigentlich, tja, ist das nicht das Mittel der Wahl. Es gibt natürlich andere Methoden, seine Emotionen zu regulieren. Es gibt Entspannungstechniken, es gibt das kalte Duschen, es gibt das berühmt, berüchtigte Schnipsen mit dem Gummiband, Riechfläschchen, alles so Skills, die man auch in einer DBT lernen würde. Es gibt auch Verfahren wie Natri, natürliche Stressregulation. Habe ich auch ein Video hier auf diesem Kanal gemacht. Ein Experteninterview, sehr interessantes Interview übrigens gewesen, auch zum Thema Traumatisierungen. Was macht das mit unseren Menschen, dass wir immer in einem erhöhten Wachsamkeitszustand sind? Naja, und dass man eben durch Verfahren wie Natri, natürliche Stressregulation, eben dann diese Anspannung ausagieren in einer nicht schädlichen Art und Weise und somit herunterbringen kann. Ständige Anspannung, da sind wir auch wieder beim Thema Überwachsamkeit, das Umfeld scannen, sich beobachtet fühlen, sich kritisiert fühlen, Angst vor der Zukunft zu haben, Angst vor dem nächsten Brief, vom Sozialamt haben, Angst vor der Kündigung haben, Angst vor dem Verlust der aktuellen Liebes- oder Freundschaftsbeziehung zu haben, Angst vor den Eltern zu haben. Es ist völlig klar, warum Menschen mit Borderline hier Schwierigkeiten haben. Trost auf der einen Seite, ja, man kann diese Regulation der Anspannung erlernen, ja, man kann mit Sicherheit auch das Anspannungsniveau im Laufe von, wir machen hier Realtalk auf diesem Kanal, kein Schöngerede, denn Schöngerede hat mich persönlich immer wütend gemacht, wenn ich das bei anderen gehört habe. Ich will die Lösungen ja hören. Ich möchte auch motiviert werden, meine Lebensprobleme anzugehen, aber ich werde demotiviert, wenn ich den Eindruck habe, ich werde angeschwindelt, ja. Dieses, dieses Runterbringen der inneren Anspannung, das dauert viele Jahre bis Jahrzehnte und man hat in Studien auch gefunden, da es natürlich auch entsprechende Veränderungen auch im Gehirn bei Menschen mit Borderline gibt, die nachweislich sind, ja, dass man eine gewisse Bürde zu hoher emotionaler Grundanspannung, gewisse Probleme seine Emotionen zu regulieren, leider ein Leben lang beibehalten wird, auch dann, wenn man eventuell die Symptomkriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung sonst nicht mehr erfüllt und deswegen als austherapiert gehört oder sogar zu den Leuten zu zählen sind, welche ihre Borderline-Störung, sag ich einmal, überwunden haben. Und dass das möglich ist, dass wir inzwischen gute Möglichkeiten haben, Borderline zu therapieren und auch wegzutherapieren, habe ich in verschiedenen Videos hier schon so heftig durchgekaut. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann abonniert diesen Kanal, verdammt. Das ist so ein wichtiges Wissen. Aber eben dieses Problem mit ständiger Anspannung, das wird man leider als Paket, das man mitbekommen hat, für den Rest seines Lebens mehr oder weniger mit sich herumschleppen müssen. Punkt Nummer sieben, Emotionen regulieren. Ja, es ist eine ganz, ganz ähnliche Thematik. Ich denke, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, warum Menschen mit Borderline häufig diese Emotionen haben. Das geht ja auch hier mit den Wutausbrüchen und mit den Verlassenheitsängsten. Das ist ja alles ein Topf. Punkt Nummer acht, darauf zu vertrauen, dass man nicht von allen verlassen wird. Ja, Grüße gehen nochmal raus ans Sozialamt, die mir meine Anfrage nicht beantworten. Ja, aber das ist ja, das haben ja auch Menschen mit Borderline genau solche Probleme im Stich gelassen zu werden. Es gibt Untersuchungen nach den Kindern. Ich glaube, es waren sieben verschiedene Personen, dass Kinder, wir reden hier von vier, fünf, sechs, siebenjährigen, wenn sie Missbrauch erleben durch Verwandte oder die Eltern. Sieben Erwachsene ansprechen müssen im Durchschnitt, bis ihnen mal jemand hilft. Die anderen ignorieren das, drehen den Kopf weg, wollen damit nichts zu tun haben, lassen die Kinder im Stich. Ja, und da ist es natürlich schwer, Leute zu finden, auf die man sich auch wirklich verlassen kann und das auch tatsächlich zu glauben. Tja, wenn ich 20 oder 30 Jahre immer wieder Enttäuschungen und Verrat erlebt habe, wieso soll ich dann in meinem 31. Lebensjahr plötzlich den Leuten blind vertrauen? Das wäre ja sogar eigentlich dumm, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem, das möchte ich hier als positiven Ausblick geben, ist es natürlich möglich, durch Arbeit an sich selbst und am eigenen Leben in ein Umfeld zu geraten, dem man tatsächlich vertrauen kann. Das ist für Menschen mit Borderline, die sich in einem dysfunktionalen und toxischen Umfeld befinden, in einem im Stichlasser Umfeld schwer vorzustellen. Wichtig ist es aber natürlich, dass man aufgrund der eigenen Persönlichkeitsstruktur, der eigenen Biografie und den Schlüssel-Schloss-Präferenzen für andere Leute dazu neigt, sich mit Leuten zu umgeben und an denen Gefallen zu finden, die ein bestimmtes Muster bedienen. Plakativstes Beispiel, ich oder jemand, der selber depressiv ist, eine negative Sicht auf das Leben hat, wird nicht viel anfangen können mit Leuten, die das Leben völlig lustig sehen und nirgendwo Probleme sehen. Sunny Boys, Zuckerstangen, Schlecker, solche Leute, sondern man wird eher Gefallen und Sympathie für andere Depressive finden, mit denen man Deep Talk machen kann, über die böse und verkommene Gesellschaft sich aufregen kann. Okay, das drückt einen immer in ein gewisses Muster und dass man sich immer wieder mit einem ähnlichen Typ von Mensch umgibt. Okay, und es ist aber wichtig, wenn man sich, da gilt es auch vor allem an sich selber zu arbeiten und dadurch dann auch die Präferenzen für andere Menschen zu ändern und vielleicht irgendwann festzustellen, yo, vielleicht würden mir ja diese Sunny Boys und Zuckerstangen-Schlecker objektiv gesehen besser tun als die Depris, die mir auch noch vormachen oder mich vielleicht dazu animieren, mich selber zu verletzen. Ja, Beispiel aus dem echten Leben hier. Ja, dass man dann tatsächlich auch in eine heile Welt, mehr oder weniger heile Weltumfeld kommen kann, wo man eben nicht immer verlassen und enttäuscht wird. Leute mit einem sicheren Bindungsmuster, hier für die Leute, die in der Bindungstheorie unterwegs sind. Das ist nicht einfach, das dauert eine lange Zeit. Hier nochmal ein Advice, bevor wir zum nächsten Punkt weitergehen und zwar zum letzten, nochmal auf die Kids zu sprechen, die sieben Erwachsene ansprechen müssen. Meine Lektion, ich hatte das Problem auch immer, warum ja ich oder auch mit meinem Vater damals, dass ich ihm immer wieder Sachen gesagt habe, hey, das verletzt mich, damit zerstörst du mich. Ich habe es ihm freundlich gesagt, ich habe es ihm unter Tränen gesagt, ich habe ihn angefleht, ich habe ihn angeschrien, ich habe ihn bedroht. Nichts hat geholfen. Man denkt immer, wenn ich nicht gehört werde, wenn ich normal etwas sage, dann muss ich lauter brüllen, dann wird die andere Person mich erhören müssen. Das tut sie aber und das werden alle meine Borderline-Zuschauer bestätigen können, das tun die Leute aber nicht und das treibt einen zur Weißglut, dass sie so ignorant sein können, dass sie die Tränen des Kindes ignorieren können mit eiskalter Miene. Ich habe gelernt, dass es nichts bringt, zu versuchen, sich durch Schreien Gehör zu verschaffen, sondern dass man zu den Leuten gehen muss, die einen auch dann hören, wenn man flüstert. Die gibt es und das würde ich auch tun. Verschwendet eure Zeit nicht mit Schreien, geht zu den Leuten, die euer Flüstern erhören und dann habt ihr schon mal einen ganz, ganz wichtigen, eine Richtschnur, einen Nordstern, sagt man das so, ist das der Nordstern, Polarstern, whatever, wo sich die Seefahrer immer orientieren, wenn sie auf der See unterwegs sind früher. Eine Richtung, in die ihr fahren könnt, wo finde ich eigentlich die richtigen, die guten Menschen für mich. Ja, Punkt Nummer 9. Etwas zwischen ganz und gar nicht zu finden. Extreme Emotionen, Menschen mit Borderline, extreme Bedürfnisse, Menschen mit Borderline spalten sich und die Wahrnehmung anderer Menschen und die Wahrnehmung der Welt, die eigenen Meinungen in absolut guten und absolut bösen Anteilen sehen. Schwierig. Auch zum Thema Spaltung habe ich schon was in Videos gesagt. Hier kann man sich zum Beispiel Listen anfertigen darüber, welche Eigenschaften, positive und negative Eigenschaften und die Mitmenschen in unserem Umfeld haben und wenn man merkt, die meisten Menschen mit Borderline merken das, wenn sie sich mit dem Thema Borderline beschäftigt haben, jetzt idealisiere oder entwerte ich, bin in der schwarzen oder in der weißen Betrachtungsweise, sich diese Listen hervorzunehmen und sich dann die abgespaltenen Eigenschaften dieser Person wieder schriftlich zuzuführen und ein kompletteres und auch komplexeres Bild der Mitmenschen, der Situation, der Ziele, der Meinungen, das alles zählt er mit rein, sich zu ermöglichen. Ja, und ja, ganz wichtig ist natürlich auch hier abschließende Worte in diesem Video. Ihr wisst ja, der Igel gewinnt vor dem Hasen, auch wenn ihr bei eurer Persönlichkeitsentwicklung, bei Therapie, auf eurer Reise weg von der Borderline-Störung und dem schlechten Leben, sagen wir so wie es ist, hin zu einem besseren Leben, hin zu einer besseren psychischen Gesundheit, wenn ihr da nicht ganz und sofort und nächstes Jahr oder übermorgen schon am Ziel seid, lasst euch nicht unterkriegen. Es ist nicht ganz oder gar nicht, der Igel gewinnt vor dem Hasen, macht euch auf den Weg, einen Schritt jeden Tag, das hilft euch, das bringt euch letztendlich ans Ziel. Ja, soviel zu den neuen Punkten, die hier von Erklärungsnot genannt wurden, wiederum gespeist aus der Erklärungsnot-Community, wie ich doch annehmen muss von Borderline-Betroffenen, ansonsten würde es keinen Sinn machen. Wie gesagt, den Post findet ihr in der Videobeschreibung, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen möchtet, wenn ihr Danke sagen möchtet, könnt ihr auch Kanalmitglied werden, da freue ich mich von Herzen drüber und hier rechts von mir, rechts von mir in der oberen Endcard findet ihr auch noch das von mir angekündigte Video, da könnt ihr jetzt draufklicken und kommt dann sofort dahin. Ansonsten, ihr Lieben, bedanke ich mich für eure Zuseherschaft, haltet die Ohren steif und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.